Hallo Leute, ich bin's wieder und wir sind gerade hier auf der Jarlassen Farm, also auf den Koppelinseln und Dorit hat eine neue Quest für uns. Wir sollen Weihnachtssocken stricken. Also, die Weihnachtssocken werden der Renner sein. Kannst du mir helfen, Weihnachtssocken zu stricken? Hier hast du Stricknadeln. Garn gibt es dort hinten. So, dann benutzen wir mal die Stricknadeln, aber wie immer benutze ich die Stricknadeln. Hier seht ihr, hier fängt sie halt schön an zu strecken. So, wir haben sie erfüllt, die Aufgabe. Danke Sabrina, du bist ja ein Genie, was das Stricken von Weihnachtssocken angeht. Und wir haben hier zwei Fragmente von ihr bekommen. So, dann schauen wir uns mal später beim anderen Video wieder, wo wir denn noch alles hier solche Weihnachtsquests heute noch haben. Also, es sind alles blaue Quests und keine gelbe Hauptquests. Und dann bis zum nächsten Mal.